Hi, hier ist Tobi von Language Knowledge und in diesem Video sehen wir uns den Indikativ Imperfekt Passiv im Lateinischen genauer an. Dieser wird ins Deutsche als Ich wurde geliebt übersetzt. Doch um diese Zeit besser zu verstehen, werden wir uns erst die Endungen ansehen. Daraufhin werde ich dich noch einmal an die fünf Konjugationsformen erinnern, welche wir uns dann anschließend jeweils an einem Beispiel genauer ansehen werden. Und zu guter Letzt fasse ich dir noch einmal den Inhalt zusammen, was du unbedingt aus diesem Video mitgenommen haben solltest. Zunächst die Endungen. Bar, Baris, Bar-Tur, Bar-Mur, Bar-Mini, Ban-Tur. Also einfach nur ein Bar plus die Standardendung des Indikativ Präsens Passivs mit der einzigen Ausnahme der ersten Person Singular. Um wiederum die Zeit zu bilden, wird einfach diese Endung an den Präsensstamm angehängt. Doch wie vorhin schon angesprochen, gibt es im Lateinischen fünf verschiedene Konjugationsformen, welche alle ihre kleinen Unterschiede haben. Diese erkläre ich übrigens in einem Video zu der Bildung des Präsensstammes. Dies findest du jetzt rechts oben verlinkt. Um den Inhalt kurz zusammenzufassen, bestehen die Konjugationsformen zum einen aus der A-Konjugation, welche mit A-Re endet, der E-Konjugation, welche auf E-Re mit einem langen E endet. Des Weiteren gibt es noch die konsonantische Konjugation, welche auf ein kurzes E plus R-E endet, genauso wie auch die gemischte Konjugation. Und zu guter Letzt gibt es noch die I-Konjugation, welche auf ihre endet. Verdeutlichen wir uns nun die Bildung des Indikativ Imperfekts Aktivs an einem Beispiel der A-Konjugation. Amar-Bar. Zu Deutsch, ich wurde geliebt. Amar-Barres. Amar-Bar-Tur. Amar-Bar-Mur. Amar-Bar-Mini. Amar-Bantur. Genauso verläuft auch die E-Konjugation komplett regelmäßig. Mone-Bar. Ich wurde ermahnt. Mone-Barres. Mone-Bar-Tur. Mone-Bar-Mur. Mone-Bar-Mini. Mone-Bantur. Doch bei allen anderen Konjugationsformen steht noch ein E zwischen Präsensstamm und der Endung. Also bei allen Konjugationsformen, die entweder auf I oder einen Konsonanten enden, bei ihrem Präsensstamm. Verdeutlichen wir uns dies zunächst am Beispiel der konsonantischen Konjugation. A-G-Bar. Zu Deutsch, ich wurde gehandelt. A-G-Barres. A-G-B-A-Tur. A-G-B-A-Mur. A-G-B-A-Mini. A-G-B-Antur. Und nun an einem Verb der gemischten Konjugation. A-G-Barres. A-G-B-A-Tur. A-G-B-A-Mur. A-G-B-A-Mini. A-G-B-A-M-Tur. Und zu guter Letzt an einem Verb der I-Konjugation. A-G-B-A-R-I-B-A-Tur. A-G-B-A-M-U-R. 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 A-G-B-A-M-I. A-G-B-A-M-I. A-G-B-A-M-Tur. Doch was solltest du aus diesem Video mitgenommen haben? Zunächst, dass der Indikativ-Imperfekt-Passiv mit dem Präsensstamm plus der Endung Bar-Barres-Batur-Bamur-Bamini-Bantur gebildet wird. Und dass es eine Ausnahme bei den Verben der Konsonantischen, Gemischten und I-Konjugationen gibt. Hierbei wird ein E zwischen Präsensstamm und Endung geschrieben. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angeguckt hast. Doch eine Bitte hätte ich noch. Und zwar, da es unsere Vision ist, dir mit unseren Videos so schnell es nur geht weiterzuhelfen, benötigen wir dein Feedback. Was wir an unseren Videos noch besser machen können, in Form von einem Kommentar. Vielen Dank auch dafür. Vielen Dank.